Ja, wir mussten uns jetzt irgendwann die Frage stellen, wie können wir nachhaltiger werden und auch unabhängiger letzten Endes. Nächste Rechnung, was kommt jetzt? Und da hatten wir salopp gesagt, einfach keinen Bock mehr drauf. Also wir wollten was ändern und produzieren jetzt unseren eigenen Schwung. Viele Hausbesitzer stehen heute vor Herausforderungen wie Familie Sandhoff. Wir unterstützen mit unserem Photovoltaik-Angebot dabei diese Herausforderungen zu meistern und auf erneuerbare Energien umzusteigen. Dadurch können Sie dauerhaft Ihre Stromkosten senken. Wir haben uns für mein Zuhause und ich entschieden, weil mich in erster Linie wirklich die kompetente und wirklich sehr gute Beratung überzeugt hat. Stromspeicher und Wallbox für das E-Auto bieten wir ebenfalls an. Für weiteren Schutz bieten wir Ihnen eine optionale Photovoltaik-Versicherung. Auch günstige Finanzierungslösungen sind bei uns erhältlich. Kurz gesagt, unser Photovoltaik-Gesamtpaket bietet alles, was für eine erfolgreiche Solaranlage benötigt wird. Und das Geniale letzten Endes ist wirklich, selbst an bewölkten Tagen können wir jetzt den Großteil unseres Stroms auch selbst produzieren. Also das ist nicht der Wahnsinn. Und somit haben wir es in zehn Jahren schon wieder raus, den Investor. Als Unternehmen der Provinzial verpflichten wir uns zu höchsten Qualitätsstandards, die Sie aus den Provinzialkonzernen gewohnt sind. Wir beraten Sie objektiv zur richtigen Dimensionierung Ihrer Anlage und dass Ihr Dach dies problemlos tragen kann. Bis zum nächsten Mal.